So, liebe Leute, dann bringt euch mal wieder in die Startposition, denn in solcher befindet sich Ralf bereits. Es geht weiter mit Ultraschall, die erfahrungsgemäß unterhaltsamste Vorstellung. Ich hoffe, du kannst den Standard halten, Ralf. Locker. Genau, und ich würde sagen, wir vergolden jetzt keine weitere Zeit und legen einfach mal los. Ich hoffe, das Audio läuft. Ich spiele kein Audio, Verarschung. Das habe ich sofort alles geskippt hier. Das wird noch der Running Joke hier auf dieser Veranstaltung. Ja, wir können Audio. Hallo, Ralf Stockmann mein Name, Rstock M im Sendegate. Ihr habt gerade eben schon meine Missetaten gesehen, was ich da immer für böse Sachen reinschreibe. Ich rede heute in erster Linie über Ultraschall, also über Technik, werde aber nach hinten raus auch etwas politisch, um nicht zu sagen ideologisch, aber ich glaube in eine andere Richtung, als ihr es jetzt vielleicht vermuten mögt. Von daher ist also das Konzept jetzt dieses Talk so, dass es sich langsam und dramatisch steigern wird. Fangen wir aber mit etwas einigermaßen Entspannten an, nämlich was haben wir eigentlich jetzt gerade so im Ultraschallprojekt vor. Wir sitzen gerade an unserer 2.2 Release und die haben wir jetzt hier und heute nicht zum Auspacken und Ausprobieren dabei, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir selber ein bisschen durcheinander gekommen sind, weil wir eigentlich ja immer so einen Release-Zyklus hier zu unseren Events hatten. Davon sind wir jetzt abgewichen. Ich hatte auf dem letzten, damals noch PPW 15b, die 2.0 vorgestellt und wir waren doch motiviert, eine 2.1 dazwischen zu schieben vor diesem Event hier. Die kam ja so vor zwei Monaten raus. Warum haben wir das getan? Ein kurzer Schritt zurück zu meinem letzten Talk. Da hatte ich mich sehr darüber echauffiert, wie dramatisch schlecht eigentlich so das alte 1er Ultraschalldesign war. Und ich war wahnsinnig stolz darauf, wie ich das dann zur 2.0 Release alles vereinheitlich und schick gemacht habe. Es gab hinterher ein bisschen Feedback von Designern, die gesagt haben, oh mein Gott, ja, ich leide mit dir. Und genau so ist das Ganze. Der Punkt ist, dann war diese 2.0 Release raus und dann ging so eine Woche ins Land und zwei Wochen ins Land. Und dann gucke ich mir das Interface an und ja, es war alles besser als vorher. Das war der Zustand vorher, das war in der Zustand nachher. Schönere Buttons, vorher und nachher. Das sind genau die Slides vom letzten Mal. Aber je länger ich da drauf geguckt habe, desto mehr hat mich wieder der Selbstekel gepackt. Und es wurde alles noch viel schlimmer als zur 2.0. Das ist jetzt hier von der von mir damals gerühmten 2.0 Version. Und dann habe ich angefangen zu schauen, was ist eigentlich nochmal genau mit diesen Buttons los hier. So das sind Buttons und das sind Buttons und das sind Buttons und die sehen alle komplett unterschiedlich aus. Und wie gesagt, wenn ihr selber ein bisschen Softwaredesign macht, dann irgendwann sieht man nichts anderes mehr, außer diese ekelhaften Pixel und ekelhaften Buttons. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe das schon mal ein bisschen in der Freakshow erzählt. Ich habe geschaut, wie machen es denn die anderen eigentlich? Es gibt hier so eine Slide, DAWs im Vergleich. Da habe ich einfach mal versucht, eine mehr oder weniger vergleichbare Aufnahmesituation mal in sämtlichen größeren DAWs, die auch heute und morgen hier alle vorgestellt werden, mir mal nebeneinander zu legen und zu schauen, wie gehen die eigentlich damit um und was ist jeweils eigentlich so das überliegende Konzept. Man merkt dann, dass sie schon sehr weit teilweise auseinander liegen und das, was so am angenehmsten eigentlich aussieht, ist halt Logic von Apple. So, vielleicht no surprise hier, Captain Obvious. Trotzdem habe ich mir dann gesagt, okay, dann schauen wir doch mal, wie macht denn Logic Buttons? Vielleicht kann ich mir da was abgucken. Und das hier sind Buttons, die man alle in Logic sieht. Ich habe gezählt, Logic hat sage und schreibe 18 verschiedene Buttonformen. In ganz unterschiedlichen Konstellationen, da ist mal eine Farbe hinter, mal ist dann keine Farbe dahinter, dann ist es hell, dann hat es nochmal diesen Effekt, den man mittlerweile schon wieder versucht zu überwinden mit dem oberen Heller und unten so shiny Glossy Geschichten. Man sieht sogar in der GUI hier noch einen der ganz alten Apple Rund Buttons hier mit triftig Glossy drauf. Das heißt also, Logic war mal echt keine Option, um davon irgendwas zu lernen und von da war mein Lebensziel also klar. Ich muss die erste DRW schaffen, die geile Buttons hat. Das Projekt hat mich dann so die nächsten zwei Wochen umgetrieben. Ich danke meiner Frau, dass sie so viel Verständnis dafür hatte. Und von der 2.0 zur 2.1, die wir, wie gesagt, vor zwei Monaten rausgegeben haben, haben wir dann also endlich durchgehend schöne Buttons. Diese Buttons sind also wirklich jetzt alle, egal wo sie auftauchen, überall nach dem selben Prinzip gemalt. Und der eine oder die andere kann vielleicht sogar auch erahnen, was mir da letztendlich als Inspirationsquelle gedient hat. Buttons kann man schon sehr unterschiedlich zeichnen, habe ich festgestellt, wenn man sich also mit der höheren Button-Theorie und Physik mal etwas auseinandersetzt. Und das, was ich also als eigentliche Kerninspiration hatte, war ein Gerät, das doch sehr, sehr viele von uns sehr lieben und sehr schätzen, nämlich ein Zoom H6-Recorder. Und wenn ihr jetzt mal genau hinguckt, wie diese Buttons, die ja physisch zum Drücken sind, in diesem Zoom H6 sind, dann seht ihr, eigentlich sehen jetzt die Ultraschall-Buttons genauso aus wie bei dem Zoom H6. Ja, schöne Buttons. Das war so der Grund, als ich das dann fertig hatte, es musste raus, ich konnte nicht jetzt hier bis zur Subscribe warten. Und darum hatten wir also diese 2.1er-Release hauptsächlich wegen der Buttons dazwischen geschieben. Das nächste Thema ist etwas tragischer. Und zwar möchte ich beginnen mit einem Chatwechsel, der exakt so stattgefunden hat und vor ziemlich genau 2 Wochen. Ich sage jetzt nicht, wer die Person ist, mit der ich das geführt habe und es war irgendwie so nachts um 2. Trotzdem, hier wird ein Punkt angesprochen, der mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. Ralf, müssen wir uns davor, ist also an mich gerichtet. Du erwächst gerne diesen Eindruck, dass alles total fluffig und einfach ist, aber das ist einfach nicht der Fall. Es ist sehr, sehr kompliziert. Es mag einfacher und fluffiger sein als noch vor kurzer Zeit, aber es ist nach wie vor ein sehr schmerzhafter Prozess. Also das Arbeiten mit Ultraschall, das Arbeiten einen Podcast aufzunehmen. Und für mich ist es praktisch so, dass ich all mein Wissen, was ich über Podcasting gesammelt habe, alle paar Monate in die Tonne treten kann. Quasi mit jeder neuen Release, wenn wir wieder neue Dogmen einführen. Da hat die Person durchaus einen Punkt. Es ist nach wie vor alles ziemlich schwierig. Und ich habe mir jetzt mal ein besonderes Feature rausgenommen für die 2.2, wo ich mal versucht habe, so diesen kritischen Geiste dahinter steckt, mal wirklich komplett aufzusaugen und mal von A bis Z durchzudefinieren, wie müsste man es vielleicht anders machen. Denn hatte ich auch in der letzten Präsentation schon, ein User Interface muss im Wesentlichen eigentlich irgendwie für sich selber sprechen. Das ist offensichtlich immer noch nicht gut genug der Fall bei uns. Und auch diese Folie, wo man also in den einfach und leicht Bereich rein will, offensichtlich sind wir da noch nicht. Ich habe das gerade in den letzten Wochen mit vielen Support-Calls immer wieder gemerkt. Ein Button, über den ich jetzt mal sprechen will, ist dieser hier rechts. Das ist ein Button, den regelmäßige Ultraschallnutzer vielleicht schon mal gesehen haben. Ich würde aber die These ausstellen, ohne jetzt hier großen DM-Berit zu geben, dass sie wenigsten von euch den innerhalb der letzten zwei Monate mal gedrückt haben. Dafür gibt es auch einen guten Grund. In seiner jetzigen Form macht er nämlich schlicht nichts Sinnvolles. Das heißt, er ist funktional komplett kaputt. Was dieser Button eigentlich machen sollte, ist, eine Mute-Spur anzuzeigen, in der man dann schön Reuspern und ähnliches rausmalen kann. So wie es bisher implementiert war, hat das leider nie ernsthaft funktioniert. Der Punkt ist, dass die Theorie dahinter, auch gerade in Reap, aber auch durchaus etwas komplexer und nicht so ganz einfach und selbsterklärend ist. Und von daher habe ich mich dann an das hier besonnen, wie schön wäre es, wenn dieser Button einfach immer einfach alles richtig macht und sich situativ an das anpasst, was ich als Podcaster eigentlich gerade erreichen will. Ich habe das dann mal so richtig profimäßig in so einem Flowchart abgebildet. Das heißt, was soll dieser Button machen, bevor eine Aufnahme gestartet ist? Was soll dieser Button machen, während einer Aufnahme läuft? Und was soll dieser Button eigentlich machen in der Post-Production? Denn ich habe nicht viel Platz für Buttons. Wir können nicht irgendwie fünf Buttons, ich finde es auch nicht gut, fünf Buttons für irgendwie diverse Dinge zu haben. Also wenn man das in einem Button unterkriegt, gut und schön. So, das habe ich dann also gemalt an der Wochenende und habe das alles tief durchdacht und habe das dann mal implementiert, nur um festzustellen, es ist immer noch unterkomplex. Die Realität ist immer noch viel komplizierter als das, was ich hier in dem Flowchart hatte. Aber ich glaube, ich habe es hinbekommen. Ich zeige euch jetzt mal den Button. Und wir können dann, ich bin da sehr über Feedback interessiert, drüber diskutieren, ob das denn nun sinnvoll ist oder nicht. Ich fahre jetzt mal einen 2-2er hoch und ich lege jetzt drei Spuren mal an. Zwei, drei, die müssen wir gar nicht groß benennen. So, jetzt sehen wir also hier den Button und ich drücke mal diesen Button. Ja, und dann sehen wir, okay, du willst eine Reusper-Taste aktivieren, aber für welchen Track denn eigentlich? Du hast keinen Track ausgewählt. Das heißt also, die erste Frage, die ich hier mache, ist, was willst du eigentlich genau? Okay, nächstes Feature, wir können jetzt mit der Tastatur Tracks auswählen. Das heißt also, ich habe eine kleine Routine geschrieben, wo man einfach über die Zifferntasten 1 bis 9, 9 markiert alle, 0 deselektiert alle, kommt man sehr schnell, ohne mit der Maus hier immer rumzufruseln, was sowieso immer so ein bisschen awkward ist, kann man also schön sauber Tracks markieren. Ich markiere jetzt mal die beiden Tracks und drücke wieder den Button und schwupps sind jetzt genau diese beiden Spuren für die Mute-Taste aktiviert, für die Aufnahme. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Remote hätte, würde das entsprechend reagieren. Der Button hat auch einen klaren State, er ist gedrückt und ist gelb. Darum sehe ich jetzt auch diese Mute-Spuren. Wenn ich jetzt wieder auf den Button draufdrücke, werden die wieder zusammengeklappt. Ihr habt aber eindeutig hier die Rückmeldung, dass die eigentliche Mute-Funktion, das heißt das Recording der Räusper-Tasten, immer noch aktiv ist. Wir gehen jetzt mal in den anderen State rein, ich mache mal ein kleines Projekt auf, in dem Fall hier der Metacast. Das ist jetzt mal ein Beispiel von einem Podcast, der komplett ohne Räusper-Taste aufgezeichnet wurde. Das heißt also, die haben einfach nur ins Mikro reingequatscht, wie man das so macht. Und hier möchte ich jetzt aber auch Spuren nachträglich editieren, um die Sachen schnell rauszuzahlen. Dafür markiere ich einfach wieder nur die Spuren, mit denen ich was machen will, drücke den Knopf, bekomme für diese Spuren jetzt hier das Mute und kann, ohne dass ich irgendwas anderes mache, einfach unten die Mute-Geschichten reinsetzen. Ich drücke wieder auf den Knopf, das Ganze klappt wieder zu, aber trotzdem, der Status als solches bleibt natürlich erhalten. Wenn ich mir jetzt irgendwann umentscheide und sage, die erste Spur soll es auch bekommen, markiere ich die erste Spur, drücke drauf und kann dann auch innerhalb der ersten Spur muten. Und das Ganze hat immer einen klar definierten State und ich finde, es tut eigentlich immer exakt das, was ich jetzt so als User erwarten würde. Für keine dieser Operationen musste ich mehr irgendwo ins Menü hin, sondern ich muss mich eigentlich nur entscheiden, mit welcher Spur agiere ich hier gerade, drücke dann den Knopf und hoffentlich wird er immer das Richtige tun. Das ist ein bisschen ein Experiment, weil es viele GUI-Konzepte auch über den Haufen wirft, nachdem irgendwie so ein Button immer genau eine Funktion haben sollte. Das ist jetzt also gewissermaßen eher so ein intelligenter Button, der versucht zu erraten, was gerade richtig ist. Ich bin gespannt, wie ihr damit umgeht und ob euch das gefällt. Dann könnte man vielleicht solche cleveren Features sich auch noch mal in anderer Art und Weise vorstellen. Ein zweiter Punkt. Unser Projekt ist ja schon relativ weit, doch jetzt mittlerweile fortgeschritten und wir haben relativ viele Features. Ich merke aber, dass immer wieder gewisse Fragen wiederkommen. So ein kompletter Klassiker ist das hier, was mich irritiert. Mit Space starte, stoppe ich das Abspielen, stoppe ich per Space-Taste, wird mit erneutem Tipp auf die Space-Taste die Aufnahme wieder ab dem Bereichsmacke gestanden und nicht von der Stelle, wo sie kompliziert. Ich zeige es mal eben, was damit gemeint ist. Nämlich das Verhalten, dass wenn ich jetzt hier abspiele mit der Space-Taste und jetzt wieder Space drücke, springt er wieder an die Position zurück. Das heißt also, dass es mit Space abhören, sehr einfach quasi so einen Loop zu erzeugen, den ich selber einfach immer wieder von derselben Stelle dann laufen lassen kann. Das ist gut, wenn ich irgendwo mit Filtern und EQs und sowas arbeite. Was viele Leute aber warten, gerade die vom Videoschnitt kommen, ist, dass ich eigentlich durch ein Projekt mich durchhören kann, stoppe und dann natürlich an der Stopp-Stelle weitermache. Das habe ich halt, das ist glaube ich vor zwei Jahren passiert, auf die Return-Taste gelegt, diese Funktion. Wenn ich jetzt also Return drücke, dann seht ihr, springt jedes Mal nach dem Abspielen die Position wieder mit. Das irritiert ganz, ganz viele Leute da draußen, die vom Videoschnitt kommen, weil es da per Definition immer andersrum ist. Jetzt ist es so, dass man sehr problemlos das umdrehen kann. Das ist dann also auch immer meine Antwort. Definiert doch einfach die Shortcuts um. Aber das schreibt jetzt beispielsweise ja Radio Raw im Sendegate. Alles klar, Funktion überhaupt nicht vermutet. Gibt es eventuell schon einen deiner wertvollen Screencasts, in dem ein solches Customizing beschrieben wird? Und da muss ich sagen, nein, gibt es nicht. Es gibt bisher keine Ultraschallfolge, in der ich einfach mal schlicht zeige, wie man eigentlich Tastaturbelegungen ändert. Das ist nicht gut, das muss sich ändern. Und daraus habe ich gleich mal, wie es so meine lustige Art ist, ein Projekt gestartet. Nämlich, ja das kann ich auch noch kurz zeigen, weil es thematisch dranhängt, Fernsehmüll, der Name lässt es vielleicht schon ein bisschen erwarten, ist genau einer, der aus der Video-Ecke kommt. Und dem war dieses normale Abspielen auch immer noch zu langsam. Der ist es gewohnt, eher so zu scrubben. Das heißt also, der möchte die Geschwindigkeit auch in Stufen verändern können. Und das ist dann ein kleines Skript, was er mir rübergereicht hat, wo also mit jedem Druck auf die L-Taste die Playrate, die Abspielgeschwindigkeit, vergrößert wird. Und er kann jetzt also quasi, hm? Bin ich arm? Ja, da. Steht auch im Git, glaube ich, sogar schon. Und mit, aber wir kommen gleich dazu. Und mit jedem Druck komme ich dann also schneller durchs Projekt durch. So, und das sind Sachen, ich komme halt nicht vom Video, ich komme halt doch, wenn überhaupt, vom Audio. Solche Mechanismen sind mir völlig unbekannt. Ich finde so ein Feedback aber extrem wertvoll, weil also gerade die Video-Fraktion, nämlich sehr, sehr ernst, das sind nämlich Leute, die damit Geld verdienen, dass sie schnell und effizient sind. Ja, warum sollten wir als Podcast-Produzierende nicht auch schnell und effizient sein? Das heißt, also ich glaube, da ist wirklich ein Markenkern, von dem wir wirklich gut lernen können. Und von daher heißt es da Zuhören. Und dieses Zuhören möchte ich versuchen, in einem offiziellen Programm zusammenzubündeln. So, jetzt könnte man wieder etwas platt mit Kennedy kommen und sagen, Frage nicht, was Ultraschall für dich tun kann, sondern was du für Ultraschall tun kannst. Man wird ja irgendwann ein bisschen älter und ein bisschen elaborierter. Und Claudia hat es auch schon ein paar Mal gesagt, uns treibt ja eher dieses Ermächtigungsding um. Das heißt also, wir möchten eigentlich jetzt eher euch ertüchtigen, euch euer Ultraschall so anzupassen und so zu personalisieren und so zu erweitern, wie es für euer Leben und euer Wohlbefinden optimal ist. Der Punkt ist, es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Ebenen, auf die man da angreifen kann. Ja, Shortcuts, das hatten wir gerade eben, die bauen meistens auf, auf sogenannten Actions. Davon gibt es etliche hunderte in Reaper, die wahrscheinlich die wenigsten von euch gesehen haben. Die kann man wiederum in Makros zusammenfassen. Alleine mit diesen drei Ebenen, Shortcuts, Actions und Makros, kann man schon eine Menge Unfug machen in diesem System und sich eine Menge Automatismen erdenken von immer wiederkehrenden Aufgaben, die man gerne lösen möchte. Wenn man es noch eine Ebene ernsthafter machen möchte, wie gerade eben das Beispiel gezeigt, kann man halt runter auf die API gehen und in Lua programmieren. Wenn einem das Ganze aber ästhetisch überhaupt nicht zusagt, wenn man zum Beispiel mal eine helle Version von Ultraschall gerne hätte, anstatt dieses dunkle, ist es auch relativ simpel, die Farben anzupassen. Vielleicht mag auch der eine oder andere Button doch noch nicht so ganz super sein oder er braucht einfach andere Buttons und mehr Buttons. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Also euch fehlt ein Button für XY. Den hat man eigentlich in zwei Sekunden hingebaut. Ich habe noch nie gezeigt, wie es geht. Screensets sind die, die ich da definiert habe, mit den Tools eigentlich sinnvoll oder möchte man da eigentlich ganz andere Views kombiniert haben? Bisher war also das ein wenig, sehr wenig rückgekoppelter Entwicklungsprozess. Ich habe immer das gemacht, was ich so dachte, was sinnvoll ist für die User. Und ich finde, wir sollten das mal umdrehen. Dazu werde ich morgen eine Session abhalten. Die habt ihr auch schon im Plan drin, wo ich diese verschiedenen Ebenen mal durchgehe und mal grob zeige. Es soll dann auch ein YouTube-Video entstehen, wo man dann wirklich mal so die verschiedenen Angreifspunkte sieht. Und der Gedanke ist, dass wir für die übernächste Release, also nicht für die 2.2, sondern die 2.3, dann wirklich mal sammeln, was aus eurem täglichen Handling heraus noch sinnvolle Erweiterungen sind und ihr damit auch einfach mal ein bisschen spielt und ein bisschen Empowerment halt einfach bekommt, was diese Plattform hier angeht. Weil letztendlich ist Reaper wirklich eine Audio-Plattform, mit der man also sehr viele eigene Ideen umsetzen kann. Eine der Punkte, die ich dafür mit der 2.2 schon mal einführe, ist im Podcast-Menü ein neuer Unterpunkt, der heißt Customize. Und da habe ich mal zusammengefasst schon mal kleine Helferlein, die euch genauer darauf hinstoßen. Beispielsweise diese Show-Action-List, das ist genau der Bereich, in dem man dann auch seine Shortcuts macht. Die muss ich noch ein bisschen umbenennen, dass es sinnvoller ist. Das sind jetzt noch die Originalbenamsungen hier. Okay, wir kommen zum politischen Teil. Studiolink. Es gibt, das habt ihr vielleicht im Sendegate ein bisschen mitbekommen, wenige Dinge, die mich in den letzten Monaten dermaßen beeindruckt haben wie dieses Projekt und ich glaube aus Gründen. Es fängt schon damit an, dass es, wir erinnern uns an, es ist alles zu kompliziert, dass es den Workflow für Remote-Aufnahmen signifikant vereinfacht. Ich habe hier mal die verschiedenen Schritte aufgeführt, die man bisher brauchte, um einen externen Gesprächspartner reinzuholen, wenn man Skype nutzt und wie sich das Ganze anfühlt, wenn man es mit Studiolink macht dem gegenüber. Da sieht man schon, es ist nur die Hälfte der Schritte. Gerade eben auf Twitter ging noch wieder rum, dass es für Studiolink noch fehlt, so die Ein-Klick-Alles-Simple-Variante. Fear not, das haben wir dabei. Ich mache jetzt mal eine quasi klassische N-1-Schalte über Studiolink. Eine der Spezereien ist dafür schon mal, dass ihr hier seht, ich arbeite jetzt hier mit der internen Soundkarte. Ich werde jetzt kein Hauptgerät nutzen, wie wir das bei Skype immer hatten. Ich werde keinen Skype-Microphone-Kanal benutzen, keinen Skype-Speaker-Kanal. Die könnte ich jetzt alle löschen und es würde trotzdem funktionieren. Ich arbeite jetzt einfach nur auf der ganz normalen System-Device-Soundkarte hier. Ich lege jetzt meine eigene Spur an. Nennen wir mal Ralf. Da läuft jetzt so in etwa mein Mikro rein hier. Es geht jetzt nur so um Pi mal Daumen. So, und das war alles Einzige, was ihr jetzt machen müsst. Ihr geht auf das Podcast-Menü und sagt Soundboard and Track Templates, wo wir ja auch unser Ultraschall-Soundboard haben und wählt Studiolink aus. Es wird jetzt automatisch diese Oberfläche hier gestartet in der neueren Version. Das ist hier eure Telefonnummer. Genauso hat euer Gegenüber eine Telefonnummer, in dem er bei sich den Browser gestartet hat. Das Prinzip dazu wird dann aber im nächsten Talk erklärt. Ich tippe jetzt hier eine Telefonnummer an, die ich anrufen will, also quasi ähnlich zu Skype-ID. Ich nehme hier den Echo-Service, weil der ein paar Spezifika hat, die ich gleich erkläre, und rufe an. Und schon steht der Call. Und jetzt stelle ich, das werden wir vielleicht noch optimieren, noch einen einzigen Punkt in der Routing-Matrix um. Und jetzt läuft meine Schalte. Das, was jetzt hier gerade passiert, ist, dass mein Audio einmal quer über dieses Kabel und quer über irgendwelche Frankfurt-Ports auf dem Server von Sebastian Mayer landet und von dort aus jetzt hier eins zu eins wieder zurückgeschickt wird. Das heißt also, auf der unteren Studiolink-Spur ist jetzt mit einer Latenz von ungefähr 300 Millisekunden exakt das Signal aus dem Internet zurückgestreamt, was ich hier gerade reinspreche. Und das, was ihr hier seht, ist, dass das, wenn ihr normalerweise mit Skype arbeitet, radikal anders aussieht als eine Skype-Aufnahme. Das heißt also, wenn man das jetzt hier so rüberschiebt, wir haben ja, glaube ich, kleine Aussetzer hier im Netz, das hatte ich vorhin auch schon mal, aber so dieser Bereich hier ist schon sehr symptomatisch. Diese Spuren sind akustisch identisch. Das heißt also, wenn ich jetzt hier, ich verzichte jetzt darauf, weil einfach dieses Abspiel-Setup hier für solche Dinge nichts taugt, wenn wir jetzt hier mit dem Solo-Modus hin- und herschalten würden, könntet ihr nicht feststellen, welches davon die live von mir eingesprochene Spur ist und welche über das Remote reinkommt. Ihr habt keine Chance, einen Unterschied zu hören. Es ist akustisch dieselbe Information. Früher, so die Älteren unter uns hätten gesagt, es ist CD-Qualität. Verdammt nah an der CD. Hier nochmal eine Visualisierung. Das obere ist die Studio-Link-Spur, das untere exakt dasselbe Audio, einmal durch Skype durchgeschickt. Das ist das, wie man es halt sieht. Kaputt komprimiert, mit Modulationen dran, mit Frequenz-Blizzing und all diese ekelhaften Sachen, die wir halt so kennen. Das ist ein radikaler Unterschied. Der zweite radikale Unterschied ist, dass nicht nur die Klangqualität an sich besser ist, sondern dass ihr halt, wenn ihr mehrere Gesprächspartner habt, jeden von denen in Reaper in einer gestrennten Spur laufen habt. Das obere ist jetzt eine klassische Skype-Aufnahme mit drei externen Gesprächspartnern. Das ist die Spur, die ihr bisher hattet. Das untere ist exakt dasselbe Setup, genau dasselbe Audio, allerdings halt mit den drei Sprechern, so wie sie durch Studio-Link rausgekommen sind. Also man sieht sofort, da kann man schneiden, da kann man jetzt unterschiedliche EQs auf die Stimmen bringen und so weiter. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil der bisherige Engpass unserer Audio-Ketten eigentlich klar auf Skype-Linie lag. Und da ist es jetzt auch gar nicht so entscheidend, ob man jetzt Skype oder Mumble oder was auch immer einsetzt, sondern im Wesentlichen war es fast egal, was die Leute für Mikros haben. Sobald sie irgendwie Skype nutzen, hört sich sowieso alles irgendwie ähnlich und scheiße und brüchig an. Das verschiebt sich jetzt weg hin zu den Mikros. Das heißt also dadurch, dass wir quasi keinen Qualitätsverlust mehr haben, durch die Remote-Schaltung, wird es plötzlich hier und jetzt sehr, sehr wichtig, was meine anderen vorher Skype, jetzt Studio-Link-Partner eigentlich bei sich für Audio-Setups stehen haben. Und das ist auch der Grund, warum ich vor irgendwie drei oder vier Wochen mit diesem Unfug hier angefangen habe und irgendwie alles gesammelt habe und hektisch wurde. Wir müssen uns um unsere Mikros kümmern, denn es ist nicht mehr egal, wenn ich einen Skype-Podcast betreibe, was die da draußen dann irgendwie für Audio machen, es wird eh alles durchgenudelt. Plötzlich wird man jetzt sehr, sehr deutlich hören, wie die Qualitätsunterschiede bei den verschiedenen Mikros sind. Das Ganze hat ein absolut disruptives Potenzial und glaubt mir, ich kenne mich aus mit Disruption, ich arbeite nämlich bei einer Bibliothek und wir haben seit Jahrhunderten ein gutes Auge für Disruption. Hier die Druckerpresse als Beispiel, also das könnt ihr mir glauben. Da sind wir Experten und das ist jetzt direkt an meinen Vorredner gerichtet. Es geht hier nicht um Technik, das ist ein Irrglaube. Das haben Claudia und ich auch auf der Republika schon gesagt, sondern es geht hier um Erfolg oder Misserfolg von Kommunikation. Es geht hier nicht nur darum, ob jetzt irgendwie die Stimme ein bisschen verrauscht ist oder ähnliches, sondern warum ist dieser Studio-Link so ein Game-Changer? Wir haben hier diese Matrix von Kanalreduktion. Kanalreduktion meinen wir Medienwissenschaftler damit, wie viel von einer echten 1 zu 1 Kommunikation übertragen wird über verschiedene technische Medien. Und da sehen wir, dass wir also in einem direkten Gespräch können wir die Mimik dechiffrieren. Wir bekommen sehr feine Nuancen im Tonfall mit. Es ist natürlich synchron und in Echtzeit. Die anderen Kategorien können wir ja mal ausblenden. Und wir sehen, dass für uns als Podcaster vor allen Dingen diese beiden Kategorien hier eine wichtige Rolle spielen, nämlich Tonfall und Synchron. Ich höre sehr gerne viele Podcasts, die leider Skype nutzen und habe dort kaum eine Chance, den echten Klang der Stimme eigentlich der Leute mal zu hören, weil es eben alles tot komprimiert wird. Das heißt also auch Nuancen im Tonfall sind häufig einfach verschluckt, Was noch schlimmer ist, ist die Asynchronität. In unserer Spätphase der Wikigeks hatten wir ja auch einen von uns in Göttingen sitzen und wir waren schon in Berlin und dann haben wir also so eine Skype-Schalte mit dem gemacht. Man hatte ständig das Gefühl, der ist überhaupt nicht dabei, der ist überhaupt nicht im Podcast drin. Ich muss mich ständig um ihn kümmern. Ich muss ihn irgendwie adressieren und sagen, hallo, bist du eigentlich noch da? Und dann sagt er irgendwas und dann hat das irgendwie so eine halbe Sekunde oder Sekunde oder zwei Sekunden Latenz. Es entsteht eine sehr, sehr awkward Kommunikationssituation. Es ist kein flüssiges Gespräch. Genau das wird jetzt abgelöst. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt sowohl die ganzen Feinheiten der Sprache des anderen mitbekommen, als auch dadurch, dass die Latenz wegfällt. Das heißt, wir haben also bei Studio Link eine Latenz von ungefähr 200, 300 Millisekunden. Man kann sich direkt gegenseitig ins Wort fallen. Es ist eine genau dieselbe Situation, als wenn ihr nebeneinander auf dem Sofa sitzt und die Augen zumacht. Es ist exakt die Situation in eurem zukünftigen verteilten Podcast. Das heißt, das hier wird passieren. Der menschliche Faktor vom Podcast wird erheblich steigern, weil wir plötzlich zum ersten Mal die wirkliche, echte Stimme der anderen Leute hören, die wir bisher immer nur als so etwas Sonderbares wahrgenommen haben. Es wird gerade bei diesen verteilten oder eben bei diesen verteilten Podcasts sich eine völlig neue Gesprächsdynamik einstellen. Eben dadurch, dass die Leute plötzlich beieinander sind in quasi einem Audioraum und nicht mehr verteilt sind. Interview-Formate werden eine Blütezeit erleben. There is no room for second best. Das heißt, ich bin nicht mehr darauf angewiesen, aus Bequemlichkeit mit irgendeinem Experten oder Expertinnen zu einem Thema vor Ort zu holen, wenn eine viel bessere Expertin irgendwie 500 Kilometer weit weg sitzt, nämlich halt die. Weil die Gesprächssituation ist dieselbe. Das heißt also, die Gesamtqualität, gerade auch von Interview-Formaten, wird dramatisch steigen. Und das ist das vielleicht jetzt etwas sonderbar klingende, aber ich glaube, wir werden in zehn Jahren sagen, genau so ist es gekommen. Wir werden 2016 erinnern, als das Jahr, in dem die letzten schlecht klingenden Podcasts aufgenommen wurden. Weil es gibt einfach keinen Grund mehr, schlechte Podcasts aufzunehmen. Ihr kennt meine Initiative um dieses HMC-660-Headsets. Wir bekommen einen Profi-Klang für 100 Euro. Wir haben Studio-Link, wo es keine Rolle mehr spielt, ob wir lokal oder verteilt sind. Wer also Ende 2016 noch scheiße klingende Podcasts aufnimmt, dem ist wirklich nicht zu helfen. Und es ist eben politisch. Ich finde, Technik und Klang ist politisch. Wenn dadurch bessere Gesprächssituationen entstehen, dann ist das ein Wert an sich, der nichts mit Nerd und Gefuckel zu tun hat, sondern damit, wie wir untereinander kommunizieren und wie wir menschliche Stimme wahrnehmen. Und wer das negiert und sagt, das ist alles nur irgendwie abstrakt, ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Und auch die Oma würde ich gerne adressieren, der das alles egal ist. Diese Oma schaltet ihr Radio ab, wenn dort jemand klingt, als würde er durch ein Klo durchsprechen. Punkt. So, aber es gibt halt viele Podcasts da draußen, die supereren Content produzieren, aber deshalb durch Klos sprechen. Und das hat jetzt ein Ende und das ist gut so. Also verteilt es. Von daher, die Älteren unter uns werden sich an diese Großwetterlage hier erinnern. Können wir jetzt, glaube ich, wirklich sagen, okay, neben Aufnahme, Mastering und Publishing haben wir jetzt auch die Remote-Situation hier, die wir ernsthaft diskutieren müssen. Bisher ein schlimmer Sturm und Regenschauer durch Skype, Mammel und Teamspeak. Das können wir, glaube ich, jetzt mit Januar 2016 als schon weiten Teilen gelöst. Sicherlich muss es noch ein bisschen abgerundet werden, der ganze Dienst. Aber dass das hier absolut revolutionär ist, steht hoffentlich außer Frage. Und Sebastian wird das dann gleich ja noch in seinem anschließenden Talk weiter ausführen. Zur Release 2.2, eben weil wir daran glauben, dass es wichtig ist, werden wir Studio Link mit ausrollen. Das heißt also, ihr müsst dann Studio Link nicht mehr zusätzlich installieren, sondern es wird ein ganz normaler Teil unserer Release sein. Sowohl das Plugin, was ihr eben gesehen habt, mit dem ihr dann in Reaper aufzeichnet, als auch die Standalone-Fassung, die eure ganzen verteilten Partner bekommen. Das heißt also, denen schickt ihr eine Datei, die starten sie, die tippen ihre Nummer ein und ihr zentral habt halt euer Multi-Track-Setting, in dem ihr die ganzen Sachen aufnehmen könnt. Da fallen wir gerade noch an ein, zwei Convenience-Sachen. Wir würden nämlich gerne die Routing-Matrix an der Stelle auch komplett weg abstrahieren, dass ihr die also gar nicht mehr irgendwas drin arbeiten möchtet. Wir glauben, wir wissen auch, wie es geht. Aber das ist der Hauptgrund, warum wir die 2.2 Release noch nicht hier und heute haben. Okay, damit bin ich eigentlich auch so ziemlich durch. Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich nie geändert. Das heißt also, unser ganzes Projekt baut immer noch auf der Reaper-DAW auf. Die ist etwas teurer geworden. Statt 44 Euro sind es jetzt 54 Euro. Ich glaube, das ist aber immer trotzdem noch wert. Und wir sind natürlich nach wie vor Open Source. Das wird sich auch niemals ändern. Das Team wächst gerade ganz erheblich. Wir haben noch zwei, drei Neuzugänge, die allerdings jetzt noch nichts direkt für die 2.2 Release zu liefern. Von daher wird es sie dann in München auf dem Chart drauf geben. Und wir machen diese drei Workshops hier. Der erste davon von Max Snyder. Wir bauen uns ein Aufnahmeset ab. Heute Abend würde ich ganz gerne hier irgendwo eine kleine Löt-Session machen. Ich habe ja schon ein paar Leute angesprochen, wo wir das 660er-Headset so umlöten mit Hilfe zweier Widerstände, dass es wirklich an jedem 48-Volt-Mischpult funktioniert. Ich bin da optimistisch, dass das klappt. Das werden wir gut dokumentieren. Ich glaube, auch das ist wichtig. Ultraschall-Customizing, das ist genau für das Projekt, was ich vorhin angesprochen hatte, damit wir ein bisschen mehr Feedback von euch bekommen, was noch sinnvolle, effektive, schnellere Workflows sind. Eine allerletzte Sache und dann bin ich durch. Eins fehlt noch. Da ist noch ein bisschen Platz. Tränen in den Augen. Ja, aber. Es verdichten sich nicht nur die Anzeichen, sondern es gibt offizielle Statements der Reaper-Entwickler, dass sie ernsthaft an einer Reaper-Version für Linux arbeiten. Die kann man sich auch schon runterladen. Der Link ist hier drauf. Die funktioniert auch schon in weiten Teilen. Wir analysieren jetzt allerdings gerade, was mit dieser Version alles noch nicht geht. Und da gibt es ein paar Punkte, die uns schon ein bisschen Sorgen machen. Unter anderem diese SWS-Extension wird mit ziemlicher Sicherheit nicht es auf Linux schaffen. Die benutzen wir in etlichen Bereichen ziemlich intensiv. Und wir analysieren jetzt gerade durch, wie wir dort Workarounds schaffen oder einfach die entsprechenden Features selber in Lua nachimplementieren. Weil so viele sind es dann, glaube ich, dann wiederum auch nicht. Ich wäre da also einigermaßen zuversichtlich. Bisschen komplizierter könnte sein, die Ebene, dass derzeit auch das Statement ist, dass VST nicht funktionieren soll unter Linux. Da muss man mal gucken, welche Auswirkungen das denn auf unser Soundboard oder dann auch jetzt auf Studio-Link hat. Also es kann sein, dass wir dort nicht feature-complete die Sache hinbekommen. Aber trotzdem, so als grundsätzliches Statement ist das, glaube ich, eine schicke Sache. Okay, das war es soweit. Vielen Dank. So, gibt es noch Fragen? Es gibt Fragen. Warte mal, vielleicht gibt es ja auch noch ein Mikrofon dazu. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Ist da nicht noch eins unterwegs? Wo ist denn das vierte? Ich weiß jetzt nicht, welches von denen. Sollten die jetzt alle gehen? Ach, da ist eins. Okay. Dann nehmen wir doch das. Hast du eine Frage? Nee, du hast bestimmt keine Frage. Nein. Martin hat sich gemeldet. Machen wir das mal hier. Ich sehe gerade noch das logistische Problem, wenn man jetzt keine festen Gesprächspartner hat, dass eben diese Technik und die Installation, die ja dann doch irgendwie notwendig ist von Studio-Link zu demjenigen Gesprächspartner kommt. Hast du da drüber schon mal nachgedacht und dir vielleicht auch schon Gedanken gemacht? Darüber denken wir seit Wochen nach. Das wird aber Sebastian gleich erzählen. Das will ich ihm jetzt nicht vorausgreifen. Aber natürlich wird dieses Problem gelöst. Selbstverständlich. Genau. Wir sind noch nicht fertig. Noch eine Frage? Ich habe das schon gemacht, dass ich Leuten gesagt habe, ich habe hier, lass mal Studio-Link nehmen, habe denen die Standalone geschickt und habe gesagt, musst du eigentlich nur starten und dein Mikrofon und Lautsprecher, was auch immer, als Standard einstellen. Dann ging das. Und ja, die nächste Komponente ist, dass das dann irgendwie als Host sozusagen irgendwie einfacher wird dann mit der Routing-Matrix. Aber das hast du ja gesagt, das kommt. Gut. Wie gesagt, es gibt jetzt gleich noch einen Talk zu Studio-Link. Da kommen die anderen Finessen. Noch eine Frage zur Ultraschall explizit. Ich weiß, dass du da nicht viel dazu sagen können wirst, aber weißt du ungefähr, wann die Linux-Variante von Ultraschall draußen sein wird? Ich vermute, wenn die von CoCoS, also die Schöpfer von Reaper, die releasen, dass wir wahrscheinlich eine erste Version dann nach wenigen Wochen haben. Aber der Punkt ist, es gibt so ein paar echte Dealbreaker. Beispielsweise funktioniert in deren aktueller Beta auch noch nicht der Import unserer Reaper-Conflict-ZIP-Files, womit wir eigentlich alles modellieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie darauf generell verzichten. Ich vermute, die sind einfach noch nicht fertig. Aber da kann ich jetzt wirklich kein Timetable sagen, auch weil ich nicht weiß, wie schnell die jetzt sind damit. Okay. Untertitelung. BR 2018